Ich hielt mir Zwerge am Hof zu meiner Belustigung. Mein Name ist Tsarin Anna. Ich war bekannt für meine Grausamkeit und Willkür gegenüber Adligen und Höflingen. Das ist meine Geschichte. Ich wurde 1693 in Moskau als Tochter von Tsar Ivan, dem 5. und Praskovia Saltikova geboren. Nachdem mein Neffe 1730 an Pocken starb, wurde ich mit Unterstützung des obersten geheimen Rat, bestehend aus hochrangigen Adligen, im selben Jahr zur Tsarin Russlands gekrönt. Der Rat verhalf mir, Tsarin zu werden, unter der Bedingung, dass ich meine Macht mit ihm teilen würde. Nach meiner Krönung hielt ich mich jedoch nicht an die Vereinbarung, sondern sorgte dafür, dass der Geheimrat abgeschafft wurde und regierte in alleiniger Herrschaft. Um meine neu erlangte Macht zu sichern, erweiterte ich die Befugnisse der Geheimpolizei und schaffte es so, jeden zu unterdrücken, der gegen mich agierte. Besonders dem russischen Adel traute ich keineswegs mehr. Fast niemand am Hof wagte es noch, mich öffentlich zu kritisieren. Jeder befürwortete mein Handeln, um nicht ins Visier der Geheimpolizei zu geraten. Diejenigen, die dennoch in irgendeiner Weise negativ auffielen, wurden von mir entmachtet oder in innerrussische Provinzen verbannt. Als Tsarin war ich für meine extravaganten Ausgaben bekannt. Ich gab enorme Summen für Feste, Paläste und Schmuckstücke aus, was besonders bei dem immer mehr verarmenden, einfachen Volk für Aufruhr sorgte. Doch das interessierte mich nicht. Wie zu meiner Zeit üblich, hielt auch ich mir mehrere Zwerge am Hof als Hofnarren. Hauptzweck der Zwerge war es, mich und meine Gäste zu unterhalten. Nicht selten wurden die Kleinwüchsigen dabei gedemütigt. Eine meiner bekanntesten Demütigungen gegenüber einem bei mir in Ungnade gefallenen Adligen ist der einst von mir errichtete Eispalast. Prinz Mikhail Golitsyn war ein Adliger, der eine katholische Frau heiraten wollte. Als streng orthodoxe Tsarin empfand ich die Bitte als eine Beleidigung. Als Strafe für die Heirat und zur Unterhaltung des Hofes ließ ich im Winter 1739 einen gesamten Palast aus Eis erbauen. Alles darin, von den Wänden und Möbeln bis zu den Betten und den Fensterscheiben, war vollständig aus Eis gefertigt. Ich zwang Prinz Golitsyn, die Hochzeitszeremonie mit seiner Frau in dem Eispalast zu durchlaufen. Beide wurden in metallische Gewänder gesteckt, die wenig Schutz gegen die Kälte boten. Im Anschluss mussten die beiden ihre Hochzeitsnacht in einem eisigen Bett bei eisiger Kälte verbringen. Nicht mal ein Jahr später starb ich im Oktober 1740 in St. Petersburg an den Folgen einer Nierenkrankheit. Mein Vermächtnis als Tsarin bleibt zwiespältig, geprägt von politischer Stärke und brutaler Härte. Es zeigt, wie zu viel Macht das Herz verhärten kann. Jetzt haben wir vorhin ein paar acht zu kommen. Vielen Dank.